Ja Leute, Willkommen zu ner neuen Folge TinyCraftAttack6, heute mit Streetmaster2000, hallo. Hi. Ja, deine erste Folge, ach ne, meine erste Folge mit dir und deine sieben, doch, gell? Du bist schon der siebte. Genau, und, äh, ja, du bist ja jetzt hier, ähm, im Creative Mode, willst du die ganze Folge da bleiben? Ja, guckst du das Projekt. Pff, genau, schön im Survival-Projekt, aber ist ja egal. Ich habe OP-Rechte, also muss man ausnutzen, ne? Genau, pff, warum nicht? Wie bei Kyoujin. Die haben ja auch die ganze Zeit immer gecheatet, wenn keiner hingeguckt hat. Genau. So, dann gucken wir mal, du hast eine Hartz IV beantragt, hab ich gesehen. Ja. Und das müssen wir dir natürlich auch geben. Ja, genau. Das ist immer zu alt. Dein Neuankömmling, äh, quasi, wie heißt es auch, keine Ahnung, GIF, Street, pff. Äh, ich gebe dir mal von den staatlich gesponserten Materialien ein paar Sachen. Diamond, oh, machen wir mal drei. Ey, das ist ein bisschen wenig, ne? Ja, achso, ich wollte Diamond-Block schreiben, da habe ich mich wohl vertippt, aber jetzt kann ich es nicht mehr rückgängig machen. Glücklich. Ja. Jetzt will ich auch haben, ja. Ich will ein Glück da haben. Nicht nur drei. 64 will ich auch haben. Warte mal, Iron-Inget gebe ich dir mal 32. 128 will ich auch haben. Nein. Das ist für uns. Das gibt's im nächsten Monat. Das wird dann erhöht, aber du musst erst was tun dafür, für die Stadt und so. Ja, muss aber wöchentlich geben, wenn so wenig ist. Auf einmal nicht von Leben. Doch. Ich habe kein RTL-Gun. Ja, du musst ja deinen Fernseher erstmal abbezahlen, ja? Ich habe keinen Fernseher bei so wenig. So, warte, jetzt gibt's noch Gold-Inget. Und zwar, sagen wir mal, äh, 12. Ja? Ja. Ich denke mir, das ist ein fairer Preis. Ich mein, die Aternos, der Aternos-Staat hat auch nicht so viel, ja, übrig. Der muss auch gucken, wo er bleibt. Und kann der nicht immer alles geben, hier. Natürlich geht das. Ne. Aber die Leute hätten ja auch mal aufteilen hier, ne? Das, ja. Das geht wieder. Genau. Und Quar hat sie auch noch. Ja, das hat bestimmt auch Red Tiger gecheatet. Richtig Red Zone-Türen hier. Kann ich mir selber öffnen. Hm. Ja, es ist ja alles sehr verwest auch. Ja, außen alles voll gewachsen. Das muss ich noch abbauen. Genau. Ich habe ja schon ein bisschen geteraformt. So. So. Okay. Perfekt. Ich weiß doch, ich kriege Selbstmord, ey. So wenig Geld. Warum? Das ist doch viel. Ne. Weil ich war eine, die man spielst auch drüben mitgönnen. Guck mal, siebente Folge und schon zwei und dreische Eisen. Ohne in einer Höhle gewesen zu sein. Was will man mehr? Ja. Ich bin heute in einer Höhle. Haha. Also mehr Respekt. Pfff. Ja, aber. Mehr Respekt bei den Armen hier. Ah, dennoch. Warst du ja jetzt aus deiner Höhle, nachdem ich es gesagt habe. Ja, klar. Pfff. So. Okay. Dann gehe ich mal in die neue Stadt. Mir wird es ja zu bunt. Hey. So. Oh. Jetzt gibt es schon PvP, aber da müssen wir in die Arena gehen. Haha. Gibt es eine Arena dafür? Na klar, hier hinten. Diese nette Arena. Die hast du ja auch schon gesehen. Lein. Da gibt es sogar mit Dispensern und allem möglichen, haben die hier gemacht. Ich weiß auch nicht, wie das geht. Wie man da reinkommt. Mhm. Ja, der Mo natürlich. Pfff. Oder reinfallen. Was ist denn das hier? Hier ist dieser Ausrüstungsraum, glaube. Was ist da drin? Was ist da drin? Hä? Ah, feuerresistent. Kann man da sein. Ich bin gerade im Server-Mode, aber ne. Keinen Skin gehabt. Oh. Unsichtbar. Ja, das kenn ich. Das hatten wir öfter mal. So. Ah, die Dinger, die Räume hier sind eigentlich unnötig. So. So sind. Loll. Pfff. Warte hier. Ich hatte Wasser, aber jetzt bist du schon gelöscht. Okay. Ich bin nicht gelöscht. So. Ich bin endlich wieder da und ja, ich sehe schon, ich werde eingebaut. Ja. Äh. Ja. Das lief ja immer wieder super. Wird mal gleich wieder ausgenutzt hier. Äh. Ah, da muss ich jetzt mal zur Abwechslung OP-Rechte ausnutzen. Äh. Ah, ey. Ich habe die OP-Rechte entzogen. Genau. Ich hasse das mit Creative und Survival und so, dass man da weg sind muss, ey. Das müssen die unbedingt noch mal ändern. Ja. Ist auch echt nervig, dass man die von Game of Thrones angeben kann. Hm. So. Das Problemsystem ist eh scheiße jetzt. Okay. Ah ja. Hier. Creative. Dann wieder rausfliegen. Zack. Und das kommt wieder hin. Genau. Wo bist denn du grad eigentlich? Oh. So. Aha. Ah, hier ist so eine Höhle. Ah ja, stimmt. Das war hier ähm unter der Stadt. Da hatte ich Gitarra formt. Und hier fehlen anscheinend Blöcke. Mittlerweile. Keine Ahnung warum. Hab ich aber auch. TNT. Ne. Keine Ahnung. Das war kein TNT. Wahrscheinlich irgend so ein Bug oder so. Hier vorne fehlen auch Blöcke. Und ich glaub das war auch kein TNT. Turmbombe wahrscheinlich. Genau. Mod. Ja, mit nem Plugin hier. Von Dauerzocker. Too much TNT. Ja oder sowas. Sowas kommt mir hier nicht auf den Server. Da hatten wir schon genug Sprengung. Mobilien. Mobilien die falsch geschrieben mit AML. Wo? An der... Am schwarzen Brett? Ja. Mobilien Makler. Dort zu KL. Achso. Äh ja. Das passiert schnell, dass er was falsch schreibt. Warte mal. Hä, wo steht denn das? Das hab ich noch gar nicht gelesen. Rettet die Wale. Steht hier nur überall. Mh. Muss ich mich nochmal TP'n. Mh. Mh.